Vom Hamburger Prinzen zum Kieler Rotationsspieler, der es in dieser Saison gerade mal auf 4 Minuten Spielzeit geschafft hat. Heute geht es um die besorgniserregende Geschichte des Fiete Arp. Und bevor wir nun wirklich mit dieser Geschichte anfangen, möchte ich eins ganz klar festhalten. Ich bin weder hämisch, obwohl ich HSV-Fan bin, bin ich weder hämisch, noch wünsche ich Fiete Arp was Schlechtes. Nein, um Gottes Willen. Und mir geht es ja auch nicht um den Menschen Fiete Arp, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen. Sondern mir geht es ja rein um verschwendetes, fußballerisches Talent und wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Ich wünsche dem Menschen Fiete Arp und dem Fußballer Fiete Arp persönlich alles, alles Gute und möchte, dass er alle seine Ziele immerhin noch erreicht. Er ist 23 Jahre jung, das vergisst man oft. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit einem der größten verschwendeten Talente seit, ich glaube, den letzten 20 Jahren. Es gibt immer wieder Spieler, von denen man denkt, ja, aus denen könnte was werden. Und dann gibt es Spieler, von denen man denkt, das sind zu 100% der große neue Superspieler. Und das dachte man damals bei Fiete Arp auch. Fiete Arp ist zum ersten Mal auffällig geworden in der U17 des HSV, wo er in 45 Spielen 37 Tore und zwei Vorlagen gemacht hat. Später dann in der U19 neun Spiele, neun Tore und eine Vorlage. Und hat sich so in den Fokus der Profimannschaft gespielt. Und am 28.12.2017 hatte er sein Marktwerk-Peak von 7,5 Millionen Euro und das mit zarten 17 Jahren. Übrigens heute ist Fiete Arp noch 500.000 Euro wert. Gehen wir zurück in die Saison 2017-2018. Der HSV spielt nur immer noch Bundesliga und wir schreiben den 28.10.2017. Fiete Arp hat zum ersten Mal mehr als eine Minute zuvor, hat er den kurzen Einsatz gegen Bremen mit einer Minute. Fiete Arp hat in dem ersten Einsatz über eine halbe Stunde, macht gegen Hertha sofort sein erstes Tor und ist damit zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des HSV geworden. Der Hype ist im Moment riesig. Wir gehen ins nächste Spiel gegen Stuttgart. 90 Minuten Spielzeit und er schießt wieder ein Tor. Der Hype könnte größer für so einen jungen Mann nicht sein. Und man geht jetzt schon davon aus, dass er das nächste große Supertalent des HSV wird. Man spricht ihm von Uwe Seeler Punkt 2.0 und man redet vom nächsten großen Ding. Doch dann kam der erste große Knick in der Karriere des Fiete Arp. Er gewinnt zwar in diesem Jahr die Fritz-Walter-Medaille für das beste Talent des Jahres. Nichtsdestotrotz wird er beim HSV noch ein paar Mal über 90 Minuten spielen, hat dann eine Erkältung und kommt dann immer weniger zum Einsatz. Die letzten 1, 2, 3, 4 Spiele in der Saison 2017-2018 ist Fiete Arp gar nicht mehr im Kader und der HSV steigt am Ende der Saison ab. Und Fiete Arp hat in seiner großen Karriere den ersten Knick. Es sollten noch einige weiter folgen. Der HSV ist also abgestiegen. Fiete Arp bleibt beim HSV, macht 17 Spiele in der 2. Liga, kommt auf ein Tor und eine Vorlage. Und so wirklich kommt er nicht mehr in den Tritt. Es sind immer wieder kleine Verletzungen wie eine Kopfverletzung oder einen krimpalen Effekt, die ihn immer wieder rauswerfen. Und selbst wenn er mal spielt und länger spielt, kommt er in der 2. Liga irgendwie nicht so richtig zum Zug. Sein einzigstes Tor für den HSV in der 2. Liga in dieser Saison macht er ausgerechnet am letzten Spieltag daheim gegen Duisburg. Wo er 90 Minuten nochmal ran darf vor heimischer Kulisse, ist seine Abschiedstournee. Denn er wird ab nächster Saison zum FC Bayern München wechseln, wo er pro Jahr 5 Millionen Euro verdient. Einige munkeln, das könnte jedoch viel, viel zu früh sein. Und das sollte genau so kommen. Übrigens gab es hier den nächsten großen Knick für Fiete Arp. Er hat in der 2. Liga nicht so überzeugen können, wie er das sich vorgestellt hat. Zusätzlich hat der HSV den Aufstieg wieder einmal verpasst. Und Fiete Arp bekommt einen weiteren Knick in seiner Karriere. Und dass wenn man es gewusst hätte, wo er das letzte Tor geschossen hat und man sein Gesicht gesehen hat, wo er vor der Fankurve des HSV Tränen in den Augen hat, hat man schon ahnen können, in dem Jungen arbeitet was, in dem Jungen geht was vor, in dem Jungen stimmt eventuell mental auch was nicht, was man ihm wohl nicht verübeln kann, wenn man in dem jungen Alter so viel Hype hat und so viel auf einen einprasselt. Und nach dem Wechsel zum FC Bayern ist das nicht besser geworden. Denn in seiner ersten Saison beim FC Bayern München kommt er auf kein einziges Bundesligaspiel. Nein, er kommt auf keine einzige Bundesliga-Minute. Er bekommt auf keine DFB-Pokal-Minute und im DFBL-Supercup bekommt er auch keine Minute. Das Einzige, wo er spielen darf, ist in der 3. Liga. Und das zwölfmal. Er macht drei Tore, ein Assist, spielt 495 Minuten. Und das ist eine verfluchte Saison. Armverletzungen, Kahnbeinbruch, muskuläre Probleme werfen ihn immer wieder zurück. Und deswegen kommt er auf kaum Spielzeit. Und das nicht mal in der 3. Liga. Nein, bei den Profis ist er so weit weg, wie er nur weiter weg sein könnte. Wir gehen in die nächste Saison und es sollte alles anders kommen. Saison 2020, 2021. Fiete Ab will nochmal voll angreifen beim FC Bayern und kommt auf einen Einsatz im DFB-Pokal über 13 Minuten. Ansonsten bekommt er bei den Profis keine einzige Minute Spielzeit. Stattdessen spielt er in der 3. Liga, macht 30 Spiele, macht dort fünf Tore und zwei Vorlagen, bleibt aber sehr, sehr häufig hinter seinen Erwartungen zurück. Dass er nicht bei Bayern bleiben kann, scheint besiegelt. Denn die zweite Mannschaft des FC Bayern ist gerade abgestiegen. Und Fiete Ab verdient im Jahr 5 Millionen Euro, hat bei den Profis absolut keine Zukunft. Und jetzt heißt es, wohin mit Fiete Ab? Und es gab da Zeiten, wo er 2021 auch in einem Interview mal gesagt hat, er bereut keine Sekunde zum FC Bayern München gegangen zu sein. Was ich ihm so absolut nicht glauben kann, weil das war eine der schlimmsten Leidenszeiten, denke ich mal, die man sich so als Fußballer, als Mensch, auch mental und körperlich, mit den vielen Verletzungen, immer wieder kleine Blissuren, überhaupt jemandem zutrauen kann. Und dann geht man ins Jahr 2021, 2022. Fiete Ab bekommt einen Neuanfang. Nochmal kurz auf das Interview zu kommen, was er dann auch bei Kiel geführt hat, über die Zeit bei Bayern München. O-Ton. Ich hatte kein Selbstvertrauen, keine Spielpraxis, keine Kontinuität, war mental nicht stark genug. Irgendwann hat es mich dann zerdrückt. Das ist genau das, was ich vorher sagen wollte. Trotz allem bin ich froh darüber, weil mir der Verein Dinge ermöglicht hat, die vielen anderen Spielern verwehrt bleiben. Insofern, ich bereue den Wechsel nicht. So wird Fiete Ab 2021 in einem Interview bei Holstein Kiel zitiert. Ob man das immer so glauben kann, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Zurück zu Anfang der Saison 2021, 2022. Die erste Saison bei Kiel. Es sollte alles neu werden. Ein Neuanfang musste her. Im grünschaulichen Kiel bei Holstein sollte Fiete Ab neu aufgebaut werden und wieder zur Altersstärke zurückfinden. Ist das passiert? Nein. Er hat insgesamt 26 Spielen mit DFB-Pokal und 2. Liga 3 Tore erzielt und 2 Vorlagen erzielt und blieb so komplett hinter den Erwartungen zurück. Am Anfang lief es noch ganz gut. Er spielte immer wieder mal 90 Minuten, 60 Minuten. Und dann war er auf einmal wieder nicht im Kader. Dann hat er kaum noch Einsatzzeit gehabt, zwischendrin mal ein Coronavirus gehabt und kam nie so wirklich in der Saison in Tritt. Und irgendwie scheint es bei Fiete Ab verhext zu sein. Oder vielleicht passt auch einfach die 2. Liga nicht zu ihm. Es gibt Spiele, die können in der 1. Liga gut spielen und können in der 2. Liga einfach nicht spielen. In einem Interview von Juli diesen Jahres sagte er unter anderem, dass er in der 1. Liga findet, dass er mehr Platz hat, weil die Gegner nicht so heftig verteidigen wie in der 2. Liga. Wenn in der 2. Liga mal ein Spieler umdreppelt, kommt sofort der Nächste und sofort der Nächste. So hat er in einem Interview im Juli gesagt und sagt so von sich aus, dass er vielleicht sogar ein Bundesligaspieler ist. Manche Spieler gibt es, die tun sich in der Bundesliga leichter als in der 2. Liga, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen in die Saison 2022-23. Wird es besser? Nein, es wird sogar noch schlimmer. Fiete Arp macht zwar 27 Spiele, 26 in der Liga, 27 insgesamt, ein Spiel im Pokal, ein Tor, 2 Vorlagen, spielt in der Liga, 859 Minuten, absolut nicht das, was Fiete Arp sich vorstellt. Er schießt gleich im 2. Spiel gegen Kaiserslautern ein Tor, dann am 15. und dann war es das wieder. Und zum Ende der Saison ist er nicht mal mehr im Kader. Die letzten 3 Spiele wird er komplett aus dem Kader gestrichen und die 4 Spiele davor hat er maximal 45 Minuten Einsatzzeit. Es läuft bei Fiete Arp einfach nur in eine Richtung und das ist bergab. Und bevor wir nun in die jetzige Saison gehen und in die Zukunft des Fiete Arp gucken, schauen wir mal, was er am 15.07. bei Sport1 im Interview gesagt hat. Wenn man es unter 5 Trainern in 3 verschiedenen Teams nicht geschafft hat, dann fehlen einem die Argumente. Wenn man LSU selber ist, erklärte der frühere U19-Nationalspieler in den Kieler Nachrichten. In der Vergangenheit war es immer so, dass von allen Seiten darauf gewartet wurde, dass der Knoten platzt. Auch von mir. Aber das passierte einfach nicht. So Arp weiter im Interview. Und man muss dazu sagen, der einzige Gewinner der Fritz-Walter-Medaille, der jüngste Torschütze des HSV in der Bundesliga. Es war ein riesen Druck auf dem Jungen. Der Junge ist mittlerweile 23 Jahre alt, was immer noch sehr, sehr jung ist. Er kommt bis jetzt in der Spielzeit in 1, 2, 3, 4, 5 Spielen auf 4 Einsatzminuten. Zweimal war er gar nicht im Kader. Er ist komplett abgeschrieben bei Holstein Kiel. Er schafft es nicht, in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Und es ist jetzt seine letzte Chance, eigentlich diese Saison noch Gas zu geben. Und bis jetzt läuft die Saison alles andere als überragend. Fiete Arp hat jetzt noch Vertrag bis 2024. Am 30.06. läuft sein Vertrag bei Holstein Kiel aus. So wie es im Moment läuft, wird der Vertrag absolut nicht verlängert. Und ich muss euch eins mal sagen jetzt, was ich irgendwie ziemlich traurig finde. Ich war immer Fan von Fiete Arp. Ich muss es wirklich sagen. Und ich gönne ihm wirklich das Beste und habe es immer gehofft, irgendwie wie so viele in Fußballdeutschland haben es gehofft, dass Fiete Arp endlich der Knoten platzt. Aber es ist bis heute nie passiert. Der Junge wirkt heute noch irgendwie verkopft, auch in den Interviews. Seine Interviews sind teilweise irgendwie lethargisch. Und ich muss sagen, ich glaube nicht an eine Zukunft in der zweiten Liga von Fiete Arp. Denn er hat es jetzt in den letzten Saisons nicht geschafft, sich nur ansatzweise irgendwie durchzusetzen. Und das bei einer Mannschaft, die im Mittelfeld spielt. Allen Respekt bei Holstein Kiel. Die spielen jetzt auch gerade nach fünf Spielen, sind sie glaube ich Zweiter im Moment. Aber nichtsdestotrotz, wenn er es bei Holstein Kiel in der zweiten Liga nicht schafft, wo soll er es denn schaffen? Ich bin echt gespannt, ob er noch in der ersten Liga... Ich würde es echt mal interessieren, noch eine Saison Fiete Arp in der ersten Bundesliga zu sehen und zu gucken, ob er da vielleicht besser performen kann. Vielleicht ist die zweite Liga für ihn einfach nicht gemacht. Und vielleicht holt ihn dann mal noch Köln oder so als Auswechselspieler und versucht mal nochmal, wenn man ablösefrei bekommt, für ein recht geringes Gehalt vielleicht, einfach mal erste Liga nochmal reinzuwerfen. Mein Traum wäre es ja immer noch, der HSV steigt auf. Der HSV holt Fiete Arp am nächstes Jahr für die erste Liga und Fiete Arp, sein Knoten, platzt. Der verlorene Sohn gehört nach Hause, kommt nach Hause, schießt den HSV zum Klassenerhalt in der Bundesliga 2024-2025. Das waren meine Träume des heutigen Tages. Was sagt ihr zu Fiete Arp? Wird er es noch schaffen oder bleibt er ein ewiges Talent, ein Jahrhunderttalent? Wird zum Megaflop. Wirklich traurige Geschichte, was ich finde. Seid in den Kommentaren bitte nicht hämisch. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.